Hey Leute, willkommen zurück zu Negros Story, dann gehen wir doch direkt in den nächsten Kampf und gucken mal, was wir hier so kriegen für Gegner. Und vor allen Dingen, wie viel XP die abwerfen. Und dann brauchen wir jetzt noch zwei Siegel. Und haben dann alle. Mal gucken, was da noch so kommt. Das dürfte, glaube ich, jetzt nicht so viel XP gegeben haben. Ja, okay, das ist eher... Das ist jetzt nicht so viel gewesen. Da unten haben wir noch eine Kiste, da ist wahrscheinlich nur Anima drin. Aber wir gucken trotzdem. So, ich glaube jetzt hier so bei diesen normalen Kämpfen haue ich direkt alles raus. Solange wir noch ganz gut Mana haben, dürfte das ja auch kein Problem sein. Morte kann ich jetzt auch mal benutzen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also so ein, zwei physische Angriffe pro Kampf. Und einfach alles mal raushauen. Windstab haben wir jetzt auch noch bekommen. Mal gucken, wofür ist der denn... Oder was macht... Windstab. Ja, das ist das Mana-Stab, ist halt überhaupt keine Option. Das ist auch keine große Option. Ja, ich bleib bei dem Stab. Windstab. Plus fünf Magie. Alle physischen Treffer, die vom Besitzer verursacht werden, sind Windschaden und haben eine 10%ige Chance, Schlaf zu verursachen. Oh. Dann kann man quasi Kreaturen noch ein zusätzliches Element geben. Und 10% Schlaf-Chance. Das... Oh, ich wüsste jetzt hier auch nicht, wem ich das geben sollte. Die sind ja auch alle ganz gut ausgerüstet. Und deswegen lassen wir das erstmal mal gucken. Ich hätte halt schon gerne eine Karte. Das wäre halt schon nett. Aber die haben wir leider nicht. Wobei einmal ein physischer Angriff reicht ja schon. Da kann ich noch zweimal Morte benutzen, dann haben wir immer noch so 60-70% Mana am Ende. Das dürfte dann erstmal reichen. Da oben möchte ich jetzt aber, glaube ich, noch nicht hin, sondern wir gucken einfach erstmal auf der Seite. Also die Gebiete sind jetzt nicht so wirklich offen, sondern es geht schon mehr so in die Richtung, wenn wir ein Lebenskristall kriegen, dann kriegen wir zusätzlich... Also dann wird das Limit aufgestockt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Man hat schon ungefähr die Richtung, in die man gehen soll. Obwohl das alles schon ein bisschen offener vom Gebiet her ist. Man hat schon mal. 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 hatte ich jetzt die roten pilzer eigentlich schon muss ich gleich erstmal gucken bin ich mir gerade nicht sicher neuen zauber erlernt temporus das kannst du denn am ende eines timers von fünf sekunden werden neun lebensfragmente von dem feindlichen ziel extrahiert jedes lebensfragment verursacht 1,0 plus 5 prozent magie schaden du regeneriert 100 prozent dieses schadens interessant könnte ich vielleicht nehmen um den feuerzauber auszutauschen aber erstmal lassen wir das sein und nee den roten pilz hat man noch nicht aber ist das denn du bist halt auch ein heiler aber es ist ein anderes element du hast giftball und 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 ja gut das sind halt pilze mit unterschiedlichen elementen die ja auch entsprechend den elementen dann die passenden angriffe haben ich tausche das jetzt einfach mal aus hier temporus nehmen wir mit ja manuell auf jeden fall manuell gut also ja mal eine regeneration jetzt mit den physischen angriffen ist ganz okay dann würde ich jetzt erstmal nur auf mangie gehen damit die beschwörung stärker werden ging das hier noch irgendwo hin das sieht auch schon wieder sehr verdächtig aus aber da ist nix durch die perspektive kann es hier halt schon echt ein paar verstecke geben und manchmal sehr selten bisher ist da auch was aber manchmal kann er durchaus was sein ja gut das hätte jetzt auch nicht sein müssen aber ist ja auch nicht so das problem passt ja alles die kämpfe sind auch alle recht einfach bisher die gegner kennen war auch alles schon so gut wie also gut wie alle so das gefällt mir auf jeden fall war schon besser das gab jetzt halt so gut wie gar keine xp das kampftempo war auf jeden fall schon recht gut das problem ist dann sind die halt so schwach das war nicht so viel xp kriegen oder fast gar keine xp ach jetzt habe ich gar nicht ich klicke manchmal auf den raben und dann macht er das irgendwie nicht schweiß ich klicke schon recht gut gar nicht so gut wie auch lassen mal wieder Aber sie sind Level aufgestiegen. Okay, die zwei sind schon Level 12. Die anderen gehen auch Richtung 12. Läuft alles in die richtige Richtung. Wir haben jetzt hier auch nicht so große Probleme mit den Kämpfen. Bin ich erstmal ganz mit zufrieden. So, Corvus. Jetzt hat es aber direkt funktioniert. Okay, Morte einmal. Ich kann einmal so angreifen. Ich kann gleich auch nochmal gucken, ob wir irgendwo schon wieder... Also, skillen können wir auf jeden Fall was. Die Frage ist nur, ob wir das jetzt schon wollen. Ein bisschen XP. Okay, so. So, zwei haben wir. Wir brauchen... ...noch einen Fertigkeitspunkt bei Beschwörung. Es ist ein bisschen blöd, dass ich nicht weiß, was das hier genau macht. Aber das waren ja alles Angriffe. Von daher würde ich sagen, das ist dann auch nochmal ein Angriff. Jetzt können wir halt sagen, okay, wir suchen uns jetzt hier bei den Beschwörungen nochmal irgendwo... ...ein Skill aus, der nur das hier zum Beispiel einen Punkt braucht. Dann können wir jetzt auch das nehmen. Skelette können den dreifachen Hieb ausführen. Dann machen wir das doch so, erstmal. Dann haben wir jetzt keine Fertigkeitspunkte mehr, aber mal gucken. Ich glaube, wenn die nicht so stark sind, dann würde ich vielleicht auch auf den Zombie verzichten. Vielleicht? Aber wir kriegen das hier unten eh nicht voll. Und jetzt wäre bei den Skeletten natürlich gut, auch auf mehr Stärke zu gehen. So, da ist eine Hütte, da können wir wahrscheinlich wieder was kaufen. Ja, Halskette der Magie. Minus 15 Magie, gibt allen anderen Verbündeten plus 3 Magie. Das wäre halt für so einen Nahkämpfer, glaube ich, eine nette Sache. Krieger Edelstein. Das ist aber auch schon wieder alles sowas, wo ich nicht weiß. Wenn verwandelt, wird der von Jameis verursachte Schaden um 10% erhöht. Ein Lebenskristall. Ich würde einfach noch ein Lebenskristall kaufen. Und diese anderen Sachen... Würde ich mir jetzt erstmal schenken. Dann haben wir jetzt nämlich schon 6 davon. Das heißt, wir können dann auch 6 mal 50 Anima nehmen für Heilung. Wenn wir die mal brauchen. Aber eigentlich... Bisher war das jetzt noch nicht so der Fall. Deswegen... Aber die anderen Sachen fand ich jetzt nicht so interessant. Wir haben halt auch schon eine Menge Zeug. Oh, grüne hatten wir auch noch nicht. Also es gibt scheinbar durchaus ein paar, die halt einfach nur andere Farben haben. Die haben wahrscheinlich Gift. Die sind wahrscheinlich giftig, die grünen. Das dürfte jetzt auch Level-Ups geben. Die kriegen sonst nichts weiter. Du kriegst... Mal gucken... Stärke von 17 auf 19. Du... Stärke von 14 auf 16. Und du kriegst hier Geschwindigkeit. Also Zarz ist halt auch eher so ein bisschen Richtung Geschwindigkeit mit Magie. Widerstands-Amulett. Gut, aber so langsam... Gegen abnormale Zustände. Die sind halt eigentlich alle so weit ausgerüstet. Ich müsste halt also mit diesen bestimmten Widerstandsarten... Also diesen Plus auf Widerstandsarten... Müsste ich halt wissen, was in dem Gebiet wirklich so an Schadensarten rumkommt. Dann könnte ich die vielleicht ein bisschen besser einsetzen. Ach nee, ich kann die drei Stufen leveln. So ist das, ne? Ich glaube, so ist das. Und mit jedem Level kriegen die dann... ...ne Fertigkeit. Weil es sind ja Wasserbelebung, Eisschild, großer Eisstoß. Das sind drei... Sachen. Drei Stufen. Dann würde ich fast drauf tippen. Ja, ich glaube, so ist das. Es ist schwer zu sagen, aber ich würde... Ja, ich glaube, generell ist es sehr oft einfach die Mitte hoch. Kommt man direkt zum Boss des jeweiligen Gebietes. Links und rechts gibt es dann vielleicht nochmal einen anderen Elite-Gegner. und eventuell eine Kiste auf der einen oder anderen Seite. Dann schnappen wir uns den Grünen auch noch. Ich bin nach wie vor... Ich sammle die halt alle gerne, aber ich bin schon ganz gut damit zufrieden, was wir hier haben. Okay, du machst Windschaden. Na gut. Aufgeladener Angriff. HP über Zeit. So eine Mischung aus Magier und Haider, so ein bisschen die Richtung. Aber ich finde das Team eigentlich ganz okay. Wir haben hier so einen Tank neben uns. Und Vivi haben wir dann hier noch so einen Nahkamp... Kämpfer... So einen Kämpfer. Zauberer. Zauberklinge. Okay, Magier ist dann nochmal... ...was anderes. Und Sarz. Okay. Ach, deswegen hast du auch so viel Stärke. Gut. Vom Schaden her machst du auch am meisten. Ich will jetzt nochmal ganz kurz bei dir hier schauen, weil diese ganzen normalen Angriffe habe ich ja auch rausgepackt. Ich würde vielleicht nochmal Durchschlag hier auf... ...Normal packen. Ob das jetzt eine gute Idee ist. Wir gehen erstmal auf die Seite. Da können wir direkt auch schon wieder speichern. Da haben wir einen Teleporter. Okay, oder ich gehe dann erstmal auf die andere Seite, weil... Wir müssen mal gucken. Wir haben minimal XP. Aber wenn es hier schon sowas gibt, da haben wir noch einen Turm. Dann würde ich vielleicht gerne erst nochmal gucken, was es hier auf der anderen Seite gibt. Und die können wir hier ja auch alle relativ schnell erledigen. Jetzt hat es endlich mal wieder mit Morte geklappt. Ja, ich muss halt echt gucken, dass ich da die Chance für auf jeden Fall erhöhe. Das ist schon ziemlich cool, aber er hat auch einen gewissen Cooldown und 10%. Sind jetzt nicht nichts, aber auch nicht wirklich viel. Da haben wir auch noch so einen Speicher. So einen Teleporter. Okay. Corvus hat er wieder nicht genommen. Wenn ich jetzt schon hier mehr Punkte in die Skelette packe, dann werde ich glaube ich auch immer so zwei beschwören. Ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich mir den Zombie auch erstmal sparen und dann eher... Obwohl, den kann ich halt am Anfang immer beschwören, deswegen... Berg Sendeles. So, dann haben wir das hier auch schon mal. Mehr gibt es hier, glaube ich... Da unten ist noch was. Da haben wir auch noch eine Kiste. Dann nehmen wir die auch noch mit. Ich habe da drauf geklickt. Ich habe da jetzt ganz genau drauf geachtet. Aber wollte da nicht haben. Ich bin zu schnell. Das wollte ich da auch nicht wieder rein. Manchmal fliegen die einfach da rein. Das ist ein bisschen blöd. So, dann haben die gleich noch ein Level ab. Wir haben jetzt hier nochmal so einen Shrooms-Magier. Den wir erledigen können. Dann haben wir jetzt 1738 Anima wieder. So, dann haben wir das. Dann gucken wir mal in die Kiste. Fertigkeitspunkt kriegt man sogar auch aus Kisten. Oh, das ist super. Würde ich jetzt auch eher nehmen als Items. Ach, da ging das runter. Genau. So, dann können wir hier nochmal auftanken. Dann gehen wir... ...nächstes Mal in den Turm. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.